Wir haben den 05.12.2022. Jetzt sehen wir wieder ein bisschen die Reige hinteren. Aber es ist immer noch bewölkt. Ich denke, vielleicht im Verlauf der Woche wird das Wetter ein bisschen besser. Vielleicht, also ich hoffe es. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich hoffe das einfach mal. Und wenn ich das hoffe, werde ich dann vielleicht im Verlauf der Woche einmal rausgehen. Dann gehe ich in der Woche mit dem Auto raus. Aber heute sieht es nicht danach aus. Ich starte noch gerade Twitch neu. Also mich finden wir auch auf Twitch. Flamur Schala 1985 039. Ich mache jetzt hier einen Neustart von dem Stream. Und jetzt kann man hier auf Stream starten. Und dann geht es wieder los. Und das sehen wir hier runter. Das ist hier aber immer noch der 05.12.2022. Jetzt ist es gerade 13.04. Ich gehe kurz etwas einkaufen. Ich habe es auch gemacht. 13.04. 05.12.2022. 10.04. Die Tür